In unserer Brennerei verarbeiten wir hochqualitatives Obst. Softige, vollreife Birnen sind das um und auf für die Destillatproduktion. Das Obst wird frisch eingemeischt, wird nach der kurzen Maischedauer direkt destilliert. Es wird auch kein Fremdalkohol dazugesetzt. Das heißt, es ist ein reines Produkt aus dem frischen Obst. Mein Genusstieb ist, die Edelbrände bei Zimmertemperatur zu trinken. Die Fruchtaromen entfalten sich viel besser im Glas und man hat eine erhöhte Trinkfreude. Den Servicetipp Genuss und Kulinarik widmet Ihnen das Genussland Oberösterreich.